Ich lasse mich jetzt durch, ich warte dir noch ein bisschen Pfeffer geben. 22,20 Grad. Baby, hier? Schau, schau. Hier im Raum. Das ist eine Pfeffer bei versteckter Kamera. Da kannst du abgucken. Auf der Hauptstelle ist so ein Außendemometer. Hallo. Mit dem... Ich sehe ja einen super Schuh. Drecki. Wo man die Kurve zum Zimmer mal. Das, wo der Schrank steht. Das Schränkchen, ja, das kleine. Das, wo die Gitarre steht, denn? Ja, da wird sie besser gesagt. Papa, du sollst jetzt essen, sonst wird dein Essen kalt. Essen. Prost, hallo. Das zeige ich jetzt deinem Papa. Prost zum Essen. Wie viel ist es? Komma, Komma, Komma eins. Ähm, das ist nicht so schlimm. Ich dachte, es ist... Ja, nein. Kannst du... Ist aber auch... Können wir auch das hier klein schneiden? Ja. Oh, ich hab schon aufgegessen. Äh, aber ich bin auch hungrig. Ist mir noch nie passiert. Ne? Wenn ich auskrinke. Kann was anderes passieren, dass du kein Eis bekommst, wenn du nicht vernünftig isst. Na? Na? Ähm, äh, äh, äh. Und noch besser vernünftig essen, so. Sehr vernünftig. Sehr vernünftig, Lisa. Ne? Sehr vernünftig. Äh, vernünftig, ne, ist die, ne? Äh, äh. Was hast du denn? Äh, ich weiß nicht. Das ist... Wieso hast du bei jedem Rokkole, das isst du jetzt auch mit Wasser? Denkst du bei deinem T-Shirt an Afrika und die Pyramiden oder an die Türkei und Belgien? Nein, kannst du aber ab sofort, denn die Baumwolle könnte aus Ägypten kommen. Klick mal auf Ägypten. Die Baumwolle wird dann nach Belgien gebracht. Klick Belgien an. Hol dir Polyesterfasern aus Deutschland. Transportiere sie nach Belgien, denn dort werden sie mit der Baumwolle vermischt.